Jeden Tag bekommst du lediglich die Antwort so, wie du darüber denkst, wie du darüber eingestellt bist. Und wenn du für dich auch herausgefunden hast, was möchtest du denn letztendlich zum Tagesende hinfällig bewirken? Was soll das Ergebnis sein, wo du dich mehr oder weniger darauf einstellst, wo du ganz klar sagst, das ist etwas, das kommt dir richtig gut und das ist etwas, das macht dir Spaß. Und wenn du das für dich herausgefunden hast, was das im Großen und Ganzen bedeutet, wirst du herausfinden und herauslesen, was sind da die einzelnen Schritte, die das abhängig machen, um da auch hinzukommen. Voraussetzungsmäßig musst du natürlich immer wieder die Frage stellen, was bist du denn bereit, um da auch dem entgegenzuwirken? Weil Abstände und irgendwelche Einflüsse von außen, die verhindern das, die machen es teilweise nicht möglich. Aber wenn du dich da voll drauf fokussierst und vor allem konzentrierst, dann geht das irgendwann mal für dich eine ganz normale, eingespielte Geschichte, wo du ganz genau für dich herausgefunden hast, was ist denn dafür notwendig? Und dann kommt dieses Geschenk bei dir zum Tragen, wo du mehr oder weniger, je nachdem wie du daran gearbeitet hast, herausfinden dir, was ist denn dafür grundlegend notwendig gewesen, um das auch sehbar, hörbar oder wie auch immer für dich fühlbar zu machen, damit das auch zum Tragen kommt. Und das ist das Schöne, herauszufinden, was ist der einzelne Prozess, der dafür notwendig ist und da daran zu arbeiten. Teil das mit anderen Menschen, die das hören und wissen müssen. Ich freue mich auf unser gemeinsames nächstes Mal. Bis dann.